Thomas, mein Gutster, du bist die Harley-Davidson Street-Rod gefahren. Das ist, wenn ich das richtig weiß, ein Ableger der Street 750, die mit dem kleinen wassergekühlten Motor. Wie war es denn so ganz grundsätzlich? Ja, ist immer schön im Süden von Spanien, aber das, hallo erstmal, das Besondere ist ja eigentlich, dass Harley das Motorrad auf einer berühmten Kurvenstrecke, auf der Ronda-Runde präsentiert hat. Und ich meine, wer da hingeht, da geht auch Porsche hin, da gehen Japaner hin mit großen Naked-Bikes, der ist für unser Motorrad durchaus überzeugt. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Street 750, kannst du dir kurz abreißen? Also ich meine, Street 750 kennt ja jeder von uns. Was hat sich geändert? Ich weiß nicht, ob die so bekannt ist. Also wenn man mal zurückgeht, das Motorrad gibt es ja seit drei Jahren, wird komplett in Indien montiert, Motorinnereien inklusive. Und da haben natürlich einige Leute ein Problem mit. Harley, Stars and Stripes und gar kein amerikanisches Motorrad. Aber natürlich ist die Entwicklung, die Qualitätssicherung in den USA und es ist auch ein eigenes Werk. Also es gehört Harley-Davidson selbst. Und ja, da sind sie stolz drauf, so wie Triumph eben in Thailand oder BMW ja jetzt auch in Indien produziert. Also da, finde ich, sollte man nicht die Nase drüber rümpfen. 35.000 sind bisher gebaut worden, am Anfang mit einer relativ mauen Qualität, aber das haben sie nach und nach jetzt verbessert. Und das neue Topmodell ist die Street Rod. Und du willst ja jetzt, glaube ich, die Unterschiede wissen zwischen den beiden. Oder die Gemeinsamkeiten. Ja, also sie haben, vor allem wurde auch für die 2017er Street 57, wurden die Bremsen verbessert. Allerdings bei der Street Rod mehr. Sie hat also mehr Bremse, mehr Fahrwerk, mehr Leistung, das kann man mal sagen. Mehr Fahrwerk, mehr Bremsen, mehr Motor, hat mehr Leistung. Und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Bremsen, um das Ganze wieder einzufangen. Hat also drei Scheiben Bremsen mit jeweils Doppelkolben, Schwimmsätteln, wem das nicht zu viel ist. Man kann es mal so übersetzen, Harley ist jetzt in den 90er Jahren angekommen, was so die Bremstechnik angeht, immerhin. Das ist ja schon mal was. Das klingt jetzt fast ein bisschen nach einer Auflistung von kleinen Schwächen. Wo hat das Modell denn seine Stärken? Also es hat die Stärke darin, dass es ziemlich viel Strecklagenfreiheit hat. Also die Bodenfreiheit sind über 20 Zentimeter. Das ist relativ viel. Also es hat fast schon Enduro-Verhältnisse. Also man kann rund 40 Grad Strecklage fahren, zumindest links rum. Das ist für eine Harley viel. Und wenn man sich mal erinnert, die Harley-Freaks waren natürlich immer etwas skeptisch bei wassergekühlten Motoren. Wobei ja jetzt auch die Big Twins in den Tourern teilwassergekühlte Köpfe haben. Und die Virot am Anfang auch Schwierigkeiten hatte. 2002 war die auch nicht so akzeptiert. Und jetzt ist sie Kult, wo sie weg ist. Die wird seit Oktober nicht mehr gebaut. Also wenn man eine richtig komplett wassergekühlte Harley haben will, kommt man um das Modell aus Indien gar nicht mehr rum. Das mit dieser Schräglagenfreiheit und Bodenfreiheit ist ja so eine Sache. Je nachdem, wer drauf sitzt. Du mit deinen Normen 75 Kilo und ich mit meinen 110. Aber du hast vorhin das Fahrwerk angesprochen. Taugt das wirklich so viel mehr als bei den Street 750 Modellen? Ja, tatsächlich. Es ist eine Upside-Down-Gabel drin, viel stabiler. Die gesamte Geometrie ist geändert. Hinten sind andere, längere Federbeine. Alle Fahrwerksparameter gehen in Richtung besseres Handling. Und das Handling ist okay. Ich meine, die Amerikaner sehen es vielleicht so ein bisschen als eine US-Version einer Yamaha MT-07. So fahraktiv ist es natürlich jetzt nicht. Aber ich würde eine Sportster, speziell auch eine 883 vorziehen, wenn du auf den Nimbus verzichten kannst. Ich meine, eine Sportster ist, eine Harley ist eine Harley ist eine Harley. Du stellst das Motorrad hin. Chrom, 45 Grad V2. Das erkennt jeder. Ein Hirte in Rumänien. Und das erklärt sich von alleine. Was ja keiner wissen muss, ist, dass das meistens gar nicht so gut fährt. Und das ist tatsächlich ein Motorrad. Also das überzeugt eher fahrerisch, als jetzt zu sagen, ich habe da meinen Besitzer stolz mit befriedigt. Schüttelt man noch schnell einen Vierer-Vergleichstest aus dem Ärmel. Street Rod gegen... Oh, das ist nicht so einfach. Es gibt ja die Victory Octane nicht mehr. Ja, wie gesagt, MT-07 ist natürlich jetzt komplett weit hergeholt. Das Motorrad hat 71 PS. Also das hat mehr als jede Sportster, auch als die 1200er Sportster. Bei 238 Kilogramm, das ist jetzt Leistungsgewicht von... Vergleichstest. Nein, das ist schwer. Also fällt dir auf Anhieb nicht so ein, wer dazu passt. Für Harley-Verhältnisse ist es ein großer Schritt nach vorne, definitiv. Dann entlasse ich dich mit diesem salbungsvollen Wort. Bis bald. Gerne wieder. Gerne wieder. Gerne wieder. Gerne wieder. Gerne wieder.